Was geht ab? Heute wollen wir eine passwortverschlüsselte WinRAR Datei entschlüsseln, das Passwort knacken und dann auch mal den Inhalt einsehen. Dazu gehen wir hier einmal auf openwall.com und dann slash john. Dann sehen wir hier einmal das Programm John the Ripper, das ist eins der besten Tools, eins meiner favorite Tools, um Passwörter zu knacken. Dann gehen wir hier auf die 1.09 Jumbo Version 46 Bit oder vielleicht 32 Bit, je nachdem welche Architektur ihr habt. Dann können wir das hier unter dem Link hier einmal herunterladen. Ich habe das Ganze hier schon mal gemacht, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Ich habe das Ganze entpackt, also mit WinRAR das Ganze hier entpackt. Dann haben wir hier einmal das Programm, beziehungsweise in mehreren Unterordnern. Und in dem Ordner Run, dort befindet sich das Programm, das wir benutzen wollen. Ich habe hier eine passwortverschlüsselte ZIP Datei, das heißt die wollen wir auch einmal knacken. Da ist ein Passwort drauf, das wollen wir einmal entschlüsseln. Die packe ich hier einmal rein, in den gleichen Ordner, wo wir hier John haben, einfach nur damit das ein bisschen schneller geht. Dann können wir hier einmal Windows Taste, CMD drücken für die Eingabeaufforderung. Dann navigiere ich hier einmal in den Ordner Desktop mit CD für Change Directory. Dann gehe ich hier in den Ordner John1.09. Was auch immer. Also ich gebe hier einfach nur CD ein, dann die Anfangsbuchstaben. Und wenn ich dann Tab-Taste drücke, dann vervollstände ich das schon automatisch. Also wenn ich hier nur RU eindrücke, dann Tab. Dann macht er mir automatisch hier Run draus. Das heißt, so können wir das Ganze ein bisschen schneller machen. Ich gebe mal CLS an, um den Bildschirm ein bisschen zu verschönern. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal den Hashwert generieren. Das heißt, wir geben ein ra2.jong.exe, dann den Namen unserer Datei. Die hieß ja secret.ra. Und wir wollen das Ganze, den Hashwert, also das generiert uns jetzt den Hashwert, den wollen wir in eine neue Datei packen. Wir nennen die neue Datei einfach mal hashwert.txt. Einfach in eine Textdatei. Boom. Und ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Das heißt, das Ganze war schon mal erfolgreich. Und jetzt kann der Spaß im Prinzip auch schon losgehen. Wir geben hier ein John.exe. Das ist unser Hauptprogramm, unser John the Ripper. Und dann können wir hier Hashwert.txt eingeben. Und dahinter auch die Datei. Ja, das heißt, der lädt hier einmal die Hashwerte und dann einmal die Passwortverschlüsselte Datei. Drücken hier einmal auf Enter. So, sorry. Drücken hier einmal auf Enter. Dann sieht er hier, okay, detektierter Hashtype. Alles klar. Gibt uns hier einfach ein paar Meldungen aus. Aber im Prinzip fängt er hier schon mal an, das Ganze zu laden. Und war relativ schnell. Ich habe nochmal auf Enter gedrückt. Das heißt, wir haben hier das Passwort. 1, 2, 3, 4. Boom. Wenn wir das einmal überprüfen hier, ob das auch richtig war. Geben wir hier mal ein Secret. Dann werden wir das Ganze ganz schnell hier nochmal wieder rausholen. Wenn wir das mal überprüfen. So, wenn ich hier die Datei einmal öffnen will. Dann fragt er mich hier für ein Passwort. 1, 2, 3, 4. Wenn ich das eingebe, dann... Ups. Und da wollen wir nicht zu lange drauf schauen, was da wirklich drin war. Freunde, dann ist die SIP-Datei hier auch entschlüsselt. Ich werde das Passwort für diese SIP-Datei nochmal ändern. Von 1, 2, 3, 4 auf ein anderes Passwort. Dann könnt ihr mal versuchen, die zu knacken. Und den Inhalt, der hier drin ist. Ja, könnt ihr mal schauen, ob ihr den auch öffnen könnt. Ob ihr da auch reinschauen könnt. Das ist auf jeden Fall eine kleine Überraschung hier. In the house. Und das war es im Prinzip auch schon, ja. Ganz easy, ganz einfach. Einfach hier in 2 Schritten das Ganze geknackt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.